Da ist Ebene und Gerade und wenn ich mir das anschaue, gibt es drei Fälle, nämlich die Gerade schneidet die Ebene hier in so einem Punkt oder Gerade und Ebene sind parallel oder die Gerade liegt da drin. Sowas wie Windschief, also dass die Gerade vorbei geht, gibt es nicht, weil das Rechteck ist nur ein Symbol, die Ebene, die geht in alle Richtungen und endlich weiter. Also man kann da nicht vorbei an der Ebene. An einer Fläche könnte ich vorbei, aber nicht an einer Ebene, das heißt es gibt genau die drei Felder. Fälle und dann schauen wir es uns an. Das Interessante an Ebenen ist, die gibt es in Parameterformen. Parameterformen, Lambda und My sind Parameter, Richtungsvektor, Richtungsvektor, Parameter, Parameter. Dann gibt es die in vektorieller normalen Formen, also hier ist dann so ein x, das ist ja der normalen Vektor und der Aufpunkt. Im normalen Vektor-Skalar, x-Aufpunkt ist 0 und wenn ich das hier so alles ausrechne, habe ich hier diese Koordinatendarstellung. Das soll jetzt so ein 12er sein, genau. Das sind jeweils verschiedene Sachen. Und ein bisschen lästig ist diese Parameterform, wenn genau das Konzept geht so, ich nehme diese Gerade, nehme die Ebene, setze sie gleich und schaue, bekomme ich einen Punkt, ja oder nein. Das ist so die einfachste Methode. Man könnte sich auch den Richtungsvektor anschauen und die Richtungsvektor der Ebenen anschauen, die mal vergleichen. Das wäre alles interessant, aber dieses ohne Nachdenken lautet, Punkt suchen, finde ich ihn, habe ich einen Schnittpunkt, finde ich ihn nicht. Ist es parallel, finde ich unendlich viele, liegt es drin. Und die Parameterformen, also ich habe hier eine Ebene, E, und habe hier eine Gerade, G, und die kann ich ja gleichsetzen. Und dann bekomme ich ein Gleichungssystem. Und dieses Gleichungssystem hat also 1, 2, 3 Gleichungen und hat 1, 2, 3 Unbekannte. Also wenn ich das gleichsetze, habe ich ja so die erste Zeile, das ist die hier, und dann die andere Farbe, so, zack, dann die zweite Zeile, ja, das wäre die hier, und so weiter. Jetzt wieder radieren, dass man es mal sieht. Und, genau, dieses Gleichungssystem, ja, 3 Gleichungen, 3 Unbekannt, lässt sich lösen. Dann bekomme ich entweder eine Lösung, und das ist dann mein Punkt, oder keine Lösung, und so weiter. Das ist uns aber zu viel Arbeit. Ich empfehle, das Buch empfiehlt auch, eine Gleichung, Ebene in Parameterform, immer in normalen Form umzuwandeln, und dann erst den Punkt zu suchen. Bei den meisten Abi-Aufgaben ist das auch sinnvoll, weil man aus der normalen Form viel mehr sieht. Also das hier vermeiden wir, ja, machen wir selten, sondern wir gehen darüber. Gut, also was tun? Also Strategie ist in normalen Form machen. Also ich habe jetzt hier eine Ebene in normalen Form, und dann muss ich jetzt dieses, diese Gerade da einsetzen. Und ich habe ja, also x1 ist das da, 1 plus Lambda mal 2, okay? Und x2 ist das nächste. Ja, und das muss ich da einsetzen. Also ich habe hier die Ebene, jetzt mal wieder radieren, dass man sich so auskennt. Also ich habe diese Ebene erst mal so hingeschrieben. Ja, und wie habe ich das gemacht? Hier, das ist ja x1, x2, x3, x1 minus 3 steht hier. Einmal das. Dann zweimal x2 minus 1. Zweimal x2 minus minus 1. Dann zweimal x3, zweimal x3 steht hier. Dann habe ich hier, schön, eine Zeile. Das ist meine Ebene, wieder weg, damit man es schon sieht. Und dann habe ich die, die Gerade steht hier nochmal. Also x1, x2, x3. Also x1 ist 1 hier. x1 ist 1 plus 2 Lambda. Dann andere Farbe. x2 ist 0 plus Lambda. x2 ist 0 plus Lambda. Und dann machen wir wieder die Farbe, genau. x3 steht hier. Ja, und das kann ich jetzt einsetzen. x3 setze ich da ein. x2 setze ich da ein. x1 setze ich da ein. Und bekomme eine Langengleichung. Das ist die hier. Aber mit nur einer einzelnen Unbekannten, nämlich Lambda. Hier ist Lambda, hier ist Lambda. Ja, und rechnen. Ausrechnen. Ja, dann habe ich hier mein Lambda. Ich habe hier markiert. Und am Schluss bekomme ich Lambda gleich minus 1. Was tue ich damit? Mit, ein bisschen radieren, dieses Lambda gleich minus 1. Das setze ich bei hier, bei Lambda ein. Und dann bekomme ich meinen Punkt. Ja, also 1 plus minus 1 mal 2. Gibt, hier. Hier habe ich es nochmal schöner gemacht. Genau, das sieht man. Also statt den Lambda habe ich jetzt minus 1. Also, 1 plus minus 1 mal 2. Gibt minus 1. 0, ähm, vielleicht noch eine Farbe, genau. 0 plus minus 1 mal 1. Gibt minus 1. Ja, und dann wieder 3 plus minus 1 mal 2. Gibt das. Das ist der Schnittpunkt. Und wenn ich einen Schnittpunkt habe, schneidet sich. Logisch. Also bei dem, wenn ich ein Lambda gleich minus 1 habe, habe ich einen Schnittpunkt. Bei 3 gleich 7, 0 gleich 12. Echt parallel. Es gibt kein Lambda, das 3 gleich 7 erfüllen würde. Also keine Lösung. Echt parallel. 3 gleich 3, da ist Lambda egal. Jedes Lambda erfüllt das gleiche System. Die Gerade liegt drin. Und so macht man das Thema. Ja, das Thema lautet, äh, hier radieren. Das Thema lautete, ja, eben und gerade. Also von der Parameterform auf die Vektorielle und dann einsetzen, Lambda finden, Punkt finden oder eben keinen Punkt finden. Oder wenn man endlich viele Punkte finden. Das sind diese 3 Methoden. Ich bin natürlich immer wirklich ein 들어�ём. Ich bin klar. Ich bin sage. Ich bin klar. ist einurelender Teil der Bindertumf�te. Und jetzt lass das bei ihm ist oder programme Oder was ich wirklich wiederum. Und hier ist. Untertitelung des ZDF, 2020